ich zeige euch jetzt ein zimmer im robinson kelly hier ein standard doppelzimmer schönes großes bett fernseher sitzecke mit mehrblick das ist auch schön und mit ihr es mir gefällt es mir gefällt es sehr gut hier es ist total schön und das frühstück war sehr sehr lecker und jetzt werden wir euch durch die ganze anlage zeigen dann nachher natürlich mit einem schöneren blick wie den gezielt gerade habt hier auf in dem bad du musst es ja jetzt auch wenn ihr mehr sehen wollt einfach auf gefällt mir unten drücken und ja dann seht ihr andere videos von uns